Herzlich willkommen bei EMP TV. Heute habe ich Guardians of the Galaxy Shirts für euch. Ach dafür! Heute habe ich eine kleine Challenge vorbereitet. Für mich, denn ich habe keine Freunde. Aber es geht um Guardians of the Galaxy Teil 2. Showtime, ihr Arschlöcher! Wie ihr schon seht, habe ich ein Guardians of the Galaxy T-Shirt an. Und davon habe ich nicht nur eins, sondern ich werde versuchen, alle Guardians of the Galaxy T-Shirts, die wir hier haben, auf einmal anzuziehen. Das wird ein Spaß. Los geht's mit diesem Shirt hier. Ihr seht darauf das Awesome Mix Volume 2 Tape und Guardians of the Galaxy. Schlichtes Blau, cool. Hinten nichts drauf. Kann man machen. Bei diesem vielen Umziehen passt das Mikrofon leider nicht mehr ans T-Shirt. Deswegen klebe ich es mir an Bart. Nicht wundern. Und spart es euch, das in die Kommentare zu schreiben. Ich weiß das selber. So, weiter geht's mit diesem wunderschönen schwarzen Shirt. Rocket ist vorne drauf. Guardians of the Galaxy Vol. 2. Klassisches Ding mit Marvel-Logo. Jeder Fan wird wissen, was es ist. Und jeder, der es nicht ist, will wissen, was es ist. Nummer 3. So langsam wird's warm. Weiter geht's mit diesem Shirt hier. Ihr seht darauf den kleinen Baby Groot, der die Kassette in der Hand hält. Wieder Guardians of the Galaxy Vol. 2. Ziemlich cool. Ist auf jeden Fall eins meiner Lieblingsshirts, weil der kleine Baby Groot auf jeden Fall auch ein Name einer Lieblingscharakter ist. Ich bin Groot. Nein! Oh, Nummer 4. So langsam wird's warm. Weiter geht's. Das hier ist in einem, ich bin kein Farbexperte, aber ich würde sagen, olivgrau-grün gehaltenes T-Shirt. Ein bisschen schlichter, nur das Logo und der Schriftzug. Kein Artwork vorne drauf, zumindest kein farbiges. Mir gefällt's, weil man es auf jeden Fall auch im Alltag tragen kann. Aber für die Hardcore-Fans vielleicht dann doch eher mit richtigem Bild vorne drauf. Das nächste T-Shirt. I am Groot. Baby Groot vorne drauf. Ein Klassiker. Würde zum ersten und zum zweiten Film passen. Also, wenn ihr beide Filme mögt, dann ist das vielleicht genau das richtige T-Shirt für euch. Ich weiß es nicht. Ich find's cool. Rot, gelb und schwarz. So, weiter geht's. Dieses T-Shirt hier ist grau mit Aufdruck vorne drauf. Und ich muss sagen, es ist ziemlich warm. Das nächste T-Shirt ist schwarz. Hat den Schriftzug vorne drauf. Und die Hauptcharaktere. Ich will den Todesknopf abkleben. Klebeband ist aus. Und zu guter Letzt noch ein Pulli, weil's ja noch nicht warm genug ist hier drin. Oh, mit Taschen. Guardians of the Galaxy-Logo vorne drauf. Und hinten, aufgepasst, Guardians of the Galaxy. Oh! So, das war's von mir. Wenn ihr Bock habt auf Guardians of the Galaxy-T-Shirts, dann schaut mal da. Ansonsten, hier kommt ihr zu unserem Kanal. Da könnt ihr ein Like oder ein Abo dalassen. Und hier kommt ihr zu unserem letzten Video. Ich bin der Matt und ich geh raus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.